Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Hof Bergmann Zoo. So, muss man da justieren. So, Motor anschalten, da nicht verkehrt. So, wie sieht es aus? Da genug Wind, das reicht eigentlich. So, jetzt muss man bloß Wald ziehen. Als nächstes. Bum, angeditscht. Ganz clever gemacht hier. So, die lebt. Hier steht erstmal das Walzen im Vordergrund. So, die lebt in den Hügel. Wann, ich nicht hier ist? Los geht es hier! Jetzt muss ich ja schon mal rein. So, genau. So, jetzt kommt es hier. Okay. So, jetzt kommt es hier. So, jetzt mal. Stücke mehr in die Seite reinklicken. Und dann geht es weiter. So, dann haben wir alles so weit und ready. So, dann geht es weiter. 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 Oh, die haben die Dämmung. So, um das erste Wälze fällt doch schon fast fertig gewalzt. So, von hier noch einmal hoch, dann kommen wir auf. Uppala. Passt das oder passt das nicht? Passt nicht, müssen wir runter. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. So, Sack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt hier eins, weil es inzwischen ein bisschen vorteilend hier klappen wir ja aus ... Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Die nächste Bahn Ich fahre wieder schief, ich fällt Wieder im Gedanken, kurz war und das war und schon kommt kurz heraus Das war's ja nicht halt Das war's ja nicht halt Sooo Sooo Und ich laufe davon Sooo Sooo So 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 So